Streng geheim, streng geheim, hier ist der Motor der neuesten Generation. Ja, das ist der Motor, ja, ja, die ganz neueste Generation, ach ja. Dieser Motor ist streng, streng geheim, ach ja. Dieser Motor wird bald eingebaut, überall, ja. Dieser Motor ist die Zukunft für die Auto, ja. Ja, dieser Motor ist viel besser, ja. Hat nimmer mehr oben, da fährt der Kolben hin und her, ach ja. Der Kolben wird hier zu zweit bewegt, ach ja. Und das ist, und da dreht sich im Kreis, ach ja. Und nicht mehr so wie früher, wo man die Stessel hatten, die Endlastventüle und Auslandventüle. Das ist anders gebaut, der rennt im Kreis, ach ja. Die Kolben bewegt sich hin und her, ach ja. Und der funktioniert viel besser und viel länger, ja. Ja, das ist ein neues System, ach ja. Ganz neu, ganz neu, das ist doch klar. Ganz geheim, ganz geheim, ach ja. Jeder, der, der den Motor gesehen hat, ja, will gleich mitnehmen, ja. Ja, das ist Motor, Motor, das generiert neuer Generation, ach ja. Es gibt's ja wirklich, wirklich, ja. Jeder will einen haben, ach ja. tow... ... ... ...